hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play white day ich muss zugeben ich habe geschaut wie man eine schlüssel kriegt und ja ja was soll ich dazu jetzt groß sagen es müssen alle lester erstmal aus lichter und auf der anderen seite ich habe angst vor der buggy frau diese 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 bar dieses eklige mädel so m dann muss das licht in der 1 5 18 und 12 an sein nicht in der 3 und wir müssen noch mal kurz ganz runter weil hier irgendwo die 1 ist glaube ich ja die 1 die 1 die 5 das ist 3 4 hier ist die 5 ich habe keine ahnung ob es klappt ich hoffe es einfach mal muss auch noch mal das licht ausschnellt danke danke so ich hoffe wirklich es funktioniert du bist doch ein arschloch die 8 die 10 und die 12 dann hoffe ich dass das klappt sonst bin ich frustriert ich bin von diesem scheiß hausmeister weg es funktioniert nicht wieso funktioniert es nicht ist noch irgendwo ein licht an muss die sicherung woanders rein ich weiß es nicht ich habe nur gesehen weil licht aus und in dieser 1 5 18 und 12 die lichter anlassen jetzt weiß ich wie gesagt nicht leute ich weiß es doch nicht ich weiß es doch nicht ich will einfach jetzt diesen bescheuerten schlüssel bitte haben ich will einfach jetzt diesen bescheuerten schlüssel bitte haben Das ist so ein Arschloch, ganz ehrlich. Ihr merkt, ich bin ziemlich angepisst von dem und ich glaube völlig zurecht. Ich weiß nicht, wie man so ein Arschloch sein kann von einem Hausmeister. Das ist unbegreiflich, das ist erstmal unbegreiflich. Hier ist noch ein Licht an. Ne, das ist die 1, das ist die 1, das muss an. Jetzt ist er da! Das Spiel ist gut, das Spiel ist wirklich gut. Das Einzige, was es wirklich, nicht was Schlechte macht, aber was es wirklich, finde ich, runterzieht, ist wirklich der Hausmeister. Das ist so... ...fucking nervig. Jetzt bin ich aus Versehen wieder gegen meinen Mikro gekommen. Da komme ich irgendwie in letzter Zeit öfters gegen. Ich entschuldige mich dafür. Ja, und ich möchte sie bitte wieder ausmachen. Ich habe keine Ahnung, da ist ein Lichtschalter. Mann, du blöd Mann, dich braucht keiner hier. Dich braucht absolut keiner. Aber das checkst du ja nicht. Da bist du einfach zu dumm für. Leute, ich werde dir einen kleinen Cut machen und auch mal nachschauen. Irgendwas ist noch nicht richtig. Ich weiß, wie gesagt, nicht was. Aber mich nervt das. Mich nervt das jetzt mit dem Hausmeister so extrem, dass ich da nachschauen werde. Also, bis gleich.